Leute, wann habt ihr das denn alles gemacht, dass wir Diachests, und wieso haben wir eigentlich auf einmal so viele Erze und Diachests? Ja, wegen der Quarry. Ja, und seit wann haben wir auch so, ähm... Du musst die, du weißt schon, warte mal kurz. Zwei Sachen, was ich euch erzählen muss. Ihr wisst, dass man im Erster Rated die Items verdoppeln kann. Das wisst ihr. Das hast du doch schon mal gesagt, das hab ich auch noch mal im Intro geschickt. Und das zweite, ähm, ihr müsst dran denken, dass... Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindfactory, heute mit allen Leuten. Wooo, yeah. Oh, mal wieder mit dem Axel. Alter, wir haben einfach nur Kobbel. Lass den ganzen Kobbel einfach raus, weil es... Ja, lass mal Lavalock machen, Alter. Ich wusste gar nicht, dass wir so eine große Quarry machen. Ja, mit Lavalock. Ich dachte, man musste dann so 10.000 einsetzen. Alter, helft mal, nee, warte, ich hab ne Idee. Einfach die Kischen abbauen. Daumen, du bist echt dumm. Ich spawne. Alter, ich spawne. Ne, okay, fair. Ich fack dich doch nicht ab, Alter. Würde ich eh töten. Haben wir viel Cola eigentlich? Mal ein bisschen. Okay. So, es leckt der Server, wetten. 4,6. Aua. Aua, gespawne. Leckt grad einfach bei mir. Richtig, Alter. Nee, geht eigentlich. Wir brauchen nie im Leben so viel Kobbelstun. 125 FPS? Ja, wegen den ganzen Blöcken. 125 FPS? Ich hab 38. Alter. Alter, bei mir laggt's grad auch. Ja, dann verpiss dich alle auch. Nein, nein, das ist grad, weil hier so viele Updates sind. Nein, weil hier so viele Blöcke liegen. Ja, deshalb hier. Sammel die doch nicht auf. Gisbon. Sammel die nicht auf. Nein, 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 warte, warte ich. Hier kann man irgendwo nachgucken, wie viele Blöcke hier sind. Stopp, lass es so, lass es so. Ding jetzt nicht. Pass auf, du musst schon schauen, was da drin ist, gell? Wir sind Kisten. Alter. Oh, es laggt einfach so sehr. Warum lagst du es bei euch? Ich hab noch immer stabile 100 Frames hier. Wo bist du denn? Auch bei den Kisten? Ja, ich steh direkt mittendrin, Alter. Bei Kobbelstun. Kannst du das noch nicht sehen? Ich bin noch... Ich hab einfach keine Live-Musik, obwohl ich mir das vor... Ich glaub, wir brauchen gar nicht mehr so viele Kisten. Doch, stell die einfach mal alle hin, Alter. Ich möchte einfach die Kisten einlachen. Es laggt einfach so sehr. Leute, haben wir Dias, also so akzeptabel viele? Warte, ich mach gleich welche. Ich müsste die Quarry ja welche farmen, aber irgendwie tut die das nicht. Warte, Maxim, ich komm gleich. Danke. Was brauchst du dir, Dias, denn? Für meinen Nanosuit, den ich so seit 10 Jahren machen wollte. Anosuit. Wir haben aber ein paar. Och, Gisbon. Ja, Anos, Anos, Anos. Hä, ich geh jetzt mal runter. Hey, we want some... Alter, wird morgen einfach Langeweil-Brotech-X nochmal reingezogen. Was ist das? Den Fehl-Brotech-X, Alter. Achso. Achso, ja, ja, gut. Was? Ah, okay, wir sind echt auf... Irgendwie wird... Alter, wie viel sich hier einfach mal verändert hat, oha. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere... Ich brauche, ich mache nicht mehr hier. Das ist ja alles, wenn ich die ganze... Brauchen wir die Blöcke noch? Wie da liegen alle? Irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Cravies ein bisschen behindert. Ja, ey, Maxim, musst du hin. Hier, Alter, Leute, was ist denn los? Auf einmal so viele Solarpanels, dann die ganzen DIA-Kisten. Ich habe hier viel geändert. Ich antworte dir anscheinend keiner, ne? Kein lesen. Wem antworte ich keiner? Mir. Brauchst du mir die Blöcke noch, die hier an den zerstörten Kisten waren? Nein, nein. Darf ich da Lava drauf tun? Wenn es dir so Spaß macht, gerne. Ja, macht es. Hilfe, und es leckst du? Och, mir macht das gerade so viel Spaß. Achso, und für meine Leute, ich cheate gerade nicht. Ich denke, ich war aus irgendeinem Grund im Cheat-Mode. Aha, ja, gehen. Ja, genau. Jo, was? Nee, Spaß. Maxim, ich habe ein Geschenk für dich. Ich hatte noch was im Inventar. Inventar? Inventar? Ja, genau. Jetzt habe ich Carbon-Plates hier, Alter. Ja, ey. Die sind im Inventar. Oh, Leute, das ist voll gemein, dass ihr alle so weit seid. Ja, wir sind doch nicht. Wer hat Carbon-Plates in den Furnace reingetan? Achso, das fand ich echt. Das war ich aus Versehen, weil ich Kartoffeln gemacht habe. Entschuldige mir, dass ich schon wieder geklaut werde. Ich habe hundertmal, glaube ich, schon Kartoffeln in den Ofen gelegt, und nicht einmal welche bekommen. Oh, ich habe richtig viel Wärts. Wie kriegen wir Clay? Äh, Seefarm. Im See halt, in diesen. Oder mit Minions-Stone, oder? Ah, stimmt, mit Sand. Moment. Da haben wir auf einmal so viele... Letzten so, dass ich nicht mal die Items verblenden kann. Nein, nicht mit Sand, mit Gravy. Ah, haja! Wartet, macht nichts. Ich habe AA gebaut. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Oh mein Gott, ich habe hier AA gebaut. Was machst du denn noch, Dominik? Lass mal eine Kiste machen, wo wir alle Geräte reintun. Hattet ihr jetzt zwar mal, aber... Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie. Ich habe einfach gar nichts... Oh, jetzt habe ich einfach alle Koppels wieder eingesammelt, die ich gerade aus meinem Invental geholt, äh, gemacht habe. Du bist so doof. Weil ich das nicht anmerken darf. Ja, darfst du. Äh, weißt du mal, wie man... Warte, warte, weißt du mal, wie man Electrolyzed Water Cells bekommt? Google halt, das wolltest du googeln, hast aber nicht gemacht. Doch, schaffst du Google selber ab. Da musst du... Eine Elektro-Präse zu bauen, ja? Ja, genau. Wo schließe ich denn an? An irgendwas, an so einem Gerät. Hier hat es nicht geklappt und hier hat es auch nicht geklappt. Halt da drüben bei den anderen Glasfiebern und Koppelklappen. Du hast den Electrolyzed schon gemacht. Gisbon, macht Spaß, gell? Dann habe ich den aus dem wieder abgebaut. Das macht richtig Spaß. Ich habe gerade riesen Spaß und dank mir leckt es auch nicht mehr. Das soll jetzt nur ein bisschen viel Lava, aber... Hey, we have some new you met. Leute, wann habt ihr das denn alles gemacht, dass wir Diachests... Und wieso haben wir eigentlich auf einmal so viele Erze und Diachests... Ja, wegen der Query. Ja, und seit wann haben wir auch so, ähm... Du musst die... Du weißt schon, warte mal kurz. Zwei Sachen, was ich euch erzählen muss. Ihr wisst, dass man im Messerated die Items verdoppeln kann. Das wisst ihr. Das hast du schon mal gesagt. Das habe ich auch noch mal in der Info geschrieben. Und das Zweite, ähm, ihr müsst daran denken, dass ihr beim Rubber, wenn ihr Rubber abbaut, äh, von den Bäumen, Sticky Resin, bloß einmal draufklickt. Nein, wenn du zweimal draufklickst, dann wächst es nochmal nach. Und ich merke gerade, dass ich richtig übersteuere und ich gehe jetzt weiter vom Mikro weg. Gehst du nochmal von die Quellen, die Lava-Quell hier weg, Alter? Ich brenne, danke. Die gehen nicht mehr weg und es macht die ganze Zeit hier Fehler geräuschen. Echt? Nein, mein Handy. Ich brauche Wasser, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser, sonst sterben. Mein Handy wäre an. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ja, das ist nur über den Teamspeak, was ich total komisch finde. Nein, nein, nein. Aber Dominic, wie hast du eigentlich diese große Query gemacht und gespawnt halt? Mit Landmarks. Mit Landmarks. Und du hast nur eine Query gebraucht? Mhm, du musst bloß das mit Landmarks machen, ganz easy. Wie meinst du? Elektrolyzer, wie bekomm ich denn jetzt nochmal? Ey, wir haben ja 36 Dias, gell? Du hast das klar, ich. Du hast der Bar-Botty gemacht. Geil, wie ihr euch immer alle selber der Bar-Botty nennt und so. Hä? Hä? Ey, Mama. Ach, aus Sen... Och, nee, ey, Erbbergkäse. Ähm, geil. Geilu. Geilu. Ey, gib mir mal einen Minium Stone wieder. Den hab ich nicht gecraftet, Alter. Ja, und? Wofür brauchen wir einen Minium Stone? Die brauchen wir, um Sachen zu machen. Gib mir mal jemand bitte den Minium Stone wieder. Ach so, okay. Ey, ich wollte Sen Stone holen gehen. Ja, dann gib mir den Minium Stone bitte wieder. Danke, Spaß. Dass ich schon mal die... Er liegt hier in der Kiste bei dem Factory drin. Ich konnte nicht mehr zurückgehen. Hä? Bei der Factory innen drin ist die Kiste. Och, komisch schon, Alter. Ja, es war so weit der Weg, Mann. Aber lass mal bitte meine Carbon Plates da drin, weil ich mach die mir gerade. Nö. Lege sich mal einen ins Bett rein. So einer. Das reicht mittlerweile irgendwie, keine Ahnung. Ach komm. Das ist voll komisch. Der Server legt ein bisschen, das reicht, denn sie einen ins Bett reinlegt und legt ihm so ein Tag. Das liegt ein Bucket-Zeug. Ja, keine Ahnung. Okay. Wir wechseln irgendwie so bei den Server. Das fängt einfach. Oh, was up. Ich dachte, wir haben schon lange gewechselt. Deswegen haben wir in der letzten Folge, waren wir... Alter, das ist richtig teuer, Clay so zu machen. Was warst du in der letzten Folge? Wir haben so gedacht, oh fuck, wenn Maxim schon selber gewechselt hat. Nicht, dass wir auf der falschen Welt spielen. Das hab ich gedacht. Als ob ich in die Bescheid dachte, ja, ihr wart ja wieder ohne mich, Leute. Ja, wir hatten keinen Bock auf Maxim, Alter. Ja, ja, ich merk schon, sagen ja nie Bescheid. Nee, du, hä, ich wusste gar nicht, dass wir Bescheid sagen sollen. Naja, dann hätt ich ja mitmachen können. Ja doch, man soll immer Bescheid sagen, Gommi, warum wusstest du das denn nicht? Echt? Das wusste ich wirklich nicht. Naja, das ist ja logisch, weil dann hätt ich ja mitmachen können. Ach so, ja, darauf bin ich nicht gekommen. Da brauchen wir Canser oder nicht, Alter. Ja, Clayblower brauchen wir richtig. Was? Ja, ist ja richtig viel gebaut worden. Hallo. Nicht verarschen, meine Maus. Mama. Der Dominik hat irgendwie immer ein Mausproblem. Der Dominik? Ja, ich hab die gammeligste Maus ever. Der Kauf den anderen, ey. Ich will das nicht. Ach ey, Maxim, wie warst du eigentlich, dass du nicht mit Hawaii gekommen bist? Ja, wieso bist du nicht mit Hawaii? Ey, weiter für nichts davon, ey. Was bin ich nicht? Hawaii. Hawaii, wieso warst du nicht mit dabei? Ach so, ja, ja, sorry. Okay, der hat mir nicht Bescheid gesagt. Doch. Ich bin wieder nicht. Doch. Ah, stimmt. Das war jetzt schon der zweite Urlaub und du hast uns einfach am Flughafen stehen lassen. Ach, scheiße. Wenn ihr nicht Bescheid wisst, warum schaut die letzte Folge von Nico in mir. Ja. Ja, Maxim. Maxim, schon mal letzte Folge von heute. Ja, ich hätte auch... Ja, okay, ich hab jetzt unnötigerweise ein Brustpanzer gemacht, weil... Okay. Hashtag Hawaii Insider. Hashtag... Ich hab auch keine Ahnung. Das schneide ich fürs Intro. Nee, wir waren noch letzte Woche im Urlaub, Nico und ich. Zu zweit. Und wir wollten ja eigentlich alle zu viert gehen, nur Gispan hat ja dann abgesackt. Und du bist einfach nicht gekommen. Ich hab's einfach verplant. Oh. Das war ein bisschen doof. Ja, eigentlich wollten wir ja weiterbauen, aber gut. Oh, Leute, ich wollte schon vor 100 Jahren mal so eine Story erzählen, gell? Ihr wisst nicht, was passiert ist, gell? Ja, wohl... es war ein Tag ich denk mir nix böses an den Tag, müsst ihr wissen, ich denk mir ja nie was böses Nööö... Oh, guck... Meine Schwester kommt nach Hause, weil ich studiert, nur G, äh Gießen genau, wie war das? Du hast deine Schwester gegossen? Oh... Sie kam rein aus Gießen... Leutze... Nein, das hier mit Gießkanne.... Gience, man so hart! Und bei Samsung-Geräten, ich weiß nicht, ob du das kennt, da ist doch immer so ein Stecker, so ein Stecker für USB-Kabel dabei. den stecker kenn ich ja und ich leide es so die sagt ja ich habe den gießen vergessen kein ding habe gegeben was passiert der stecker ist einfach weg passt voll die geschichte zu unserem hawaii urlaub und dann auch schon genug gewesen wäre an dem tag gab es suppe ja ich so geil letzten teller suppe und ich verschütte ihn einfach hast du einen ausraster gehabt und deswegen über die lava hingefahren ich hab die items verbraucht ich hab jetzt selbst angeholt ich hab ein bisschen positiv übrigens habe ich jetzt über ein stack clay schon das macht er eigentlich gerade beim vielleicht am haus bauen ich baue die factory wir können ja mal alle helfen das ist das kann weg oder brauchen wir wedstern trammel irgendwas ja wie wollen wir es dann anbauen meist immer weg ey daumen kannst du mir kurz minimum stone geben aber der mir bringt energy crystals übrig wenn ihr welche sucht ich in der ist in project table frag mich grad wieso ich mir eigentlich den anus suit gebaut hab den anus? maxim was hast du für ein schwert eigentlich? ein diamantenschwert wo sollen wir es dann nicht komplett aus stone pricks bauen weg oder aus clay aber clay ist einfach so teuer zu farmen nein clay ist so einfach zu farmen ok mein einziger deck ist jetzt richtig clay gefarmt seit wann haben wir diese rubberwood farmen? man leute ich weiß nicht hier hab ich doch ach das sind die rubber ach so seit wann haben wir die farmen hier wie sind die denn wertvoll die rubber trees? nicht abfällen trotzdem ich hab aber ein paar abgefällt musst du ne tür bauen ne tür ist doch hier vor hä da ist doch holz ach du musst ne tür bauen ne tür um unter wasser atmen zu können wie willst du denn sonst clay abbauen? du hast doch dschungelbäume geholt gehabt gell? alles ruhig aber maxim ist schon wieder in den versuch reingekommen ich könnte es wetten hä? warte warte ich möchte jetzt clay zu zu so steinen machen ach die kommen hier rein ich wette ich könnte wetten maxim kommt jetzt wieder das besuch er hat er Ich sag's doch, Alter. Alter, ich feier euch, Jungs. Maxim hat irgendwie immer Besuch. Ist das was zu fame für uns? Ja, wollte ich auch grad sagen. Maxim ist so ne richtige Fame-Hure und meine Musik ist raus. Warum machen wir das? Unsere Livemusik ist aber richtig assoziant. Ich möchte mal kurz fragen, wieso, wenn wir jetzt so viele Solar-Panels haben, wieso machen wir uns nicht mal in Low Voltage? Nein, nein, nein. Boah, Leute. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich und Domi... Booster, Domi, kein Solar-Panel. Deswegen nicht zu viert aufnehmen, weil immer einer zwischenkommt. Oh, ich hasste das, Alter. Okay, Leute, ja, okay. Weiter. Ich und Domi hatten das diskutiert und weißt du, wir sind zum Entschluss gekommen, dass die ganzen Solar-Panels besser aussehen als ein Low Voltage Solar-Panel. Achso, okay. Das sieht mehr aus. Nein, das sieht besser aus. Okay, das war ein Jetpack. Jemand hat sein Jetpack hier liegen lassen. Ich? Das war meins. Nein, das war nicht deins. Das hab ich mal gebraucht. Hör auf mich zu schlagen. Oh, Jungs, hier... Ich hab nix, ich hab nix, ich hab nur n Wassereimer. Wage es nicht zu nehmen. Nein, nein, Wassereimer. Ja, okay, ich geb's dir, ich geb's dir. Perfekt. Wie du dich versuchst, mit dem Wassereimer zu beschützen. Sehr voll süß. Hier. Oh, okay. Ey, bevor das nachher wieder eskaliert, schaut mal, ob das jetzt so besser aussieht. Hey, es ist doch nicht eskaliert, Dominik. Ja, nein, alle so... Ich hab mir voll die Mühe gegeben und dann halt, es sieht scheiß aus. Ich hab jetzt wieder zu sagen, die machen die Säulen so aus. Steinziegel. Ich würd eigentlich diese... Guck mal, Dominik. Okay, lass mal lieber hier gucken. Ich würd eigentlich ab hier alles mit Bricks machen und nicht hier oben noch Stone-Ding. Ja, das kommt weg. Da bin ich grad dabei. Ich hab fast ein Stack Bricks für euch. Nein, ich meine... Was ich meine ist, dass das hier weg ist, Dominik. Also meiner Meinung nach. Ja, das sieht doch schön aus. Okay, sorry. Find ich zumindest tief. Nein, nein, egal. Baut ab. Ich hab eh keine Ahnung von Kunst. Domi, ich hab ein Stack Bricks für dich. Herr Gisborne, wieso machst du dir keine Rüstung? Weil ich... Weil ich... Ich bin der einzige, der am Häufchen... Schaut euch mal die Seite an. Hier. Mach ich einfach hier einfach. Mach ich nicht, ne? Kommt mal her. Nee, mach ich nicht. Okay. Ich muss Clay fahren. Ich kann grad nicht. Ähm, Dominik, darf ich kurz fragen, aus welchem Bein das unser Haus ist? Mabel. Basalt. Mabel. Das ist unten. Das ist im Boden. Ich hab... Ja, halt. Das Haus ist aus Basalt. Der Boden ist aus Mabel. Gar nix ist aus Basalt. Wo siehst du hier Basalt? Das Haus meinte doch. Ach, das ist... Ach, unser Haus. Sorry. Also wenn ich jetzt Basalt-Cobblestone hab, dann trenne ich das und dann mach ich das im... Mit vier Dingern... Okay. Nein, mit einem. Ich hab grad gesehen. Dankeschön. Bitteschön. Ich baue jetzt mal einfach weiter. Ich glaub, hier hört nicht mal richtig zu. Unser Haus, äh, das ist aus Mabel, äh. Hier hört generell keiner zu, ey. Ich auch nicht, aber ich baue Clay ab. Wer hat unser... Wer hat den Grundriss von unserer... von unserer Factory gebaut? Ich nicht. Ich hab nur ein 4 gebaut, das andere habt ihr gebaut. Ich hab gar nix gebaut. Ich hab gar nix gebaut. Z-Zen-Zen-Zen-Zone. Zweite Folge. So langsam, ne? Nö, nö, du. Lass mal. Oh, scheiße. Iben waren schon 8 Minuten jetzt hin. Locker 6. Obwohl, geht ja noch. Ey, gell, ich hab hier eine einstündige Watch Dogs Folge gemacht, gell. Schätz mal, wie lange die gebraucht hat. Aber wir verlinken die alle? Nein. Schätz mal, wie lange die gebraucht hat. Oh, Leute. Schätz mal, wie lange die gebraucht hat hochzuladen. Schätz mal, wie lange die gebraucht hat hochzuladen. 3 Stunden, 4, 5 Stunden. 16 Stunden! Standard bei mir. Äh, ich hab hier deinen Basalt rausgeworfen, ne? Der ist nicht so wichtig. Wem? Ey, ey, warum, ey? Heul nicht. Ich versteh... Ich versteh manchmal die so... Logik nicht. Manche Sachen einfach wichtiger als andere, laut G-School. Okay, Leute, Leute. Wollen wir jetzt vielleicht... Jetzt chill doch mal. Nein, wollen wir nicht. Ich farm gerade Clay. Also, es gibt ne Reihenordnung. Wenn ich etwas mache, was gemeinnützig ist, dann hat das Vorrang... Hä, ich baue grad das Haus, was ist daran nicht gemeinnützig. Ja, aber doch nicht mit diesem Scheiß-Stone. Mann, ihr habt doch das ganze Haus mit dem Stone gemacht. Ist mir jetzt egal. Ich hab gar nichts gemacht. Mann, ey, ey. Das wird einfach ein schwarzer Bunker. Ja, das auch. Schwarzer Bunker. Dein Ernst, Alter. Egal, ich halt mich daraus. Ich hab das nicht gebaut, ja? Ey, Leute. Ja, ich hab... Wir haben auch gestern Montagsmaler gespielt. Ja, ich, Domi, Gisbern und noch einer von... Wir schließen Maxim total out. Der Schnee on, Alter. Ihr sagt on, ich bin immer on. Ihr sagt on, nie Bescheid. Und dann geht es kapiert ein Wort dran auf einmal. Schreibt Gisbern. Guck mal in die Kommentare, es steht einfach Bunker. Ja, wir die Folge sind... Haben wir die Folge aufgenommen? Nicht gern, ne. Nein, nein. Einfach so Just for Fun gespielt. Schon wieder mehrere Stacks, Clay. Ey, Domi, Domi. Okay, ist sein Stil, aber trotzdem YOLO. Ja, okay, lass mal Folge beenden. Nein, erst wenn ich meinen Clay gebracht hab. Das ist halt wieder vorrängig. Das ist wichtiger wieder als euer. Ja, ich hab ja Anmoderation gemacht. Gut. Ich würd sagen, war's für diese Folge. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne bei uns allen... allen... den Spaß... Ja, nein. Bei Maximal Strecht einen Daumen nach oben geben. Und ich werd mit Absicht jetzt auf deine Folge gehen und die liken. Nicht Spaß. Mach ich echt. Und wenn die Folge euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Domi, heute können wir durch aufnehmen. Tschüss.